Ingrid, eine Frau mit der Ausstrahlung, wie du sie hast in deinen Filmen, in deiner Fernseharbeit, müsste eigentlich viele andere Frauen eifersüchtig machen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe immer wieder mir sagen lassen, dass gerade die Damen dich sehr mögen und sagen, die tut uns nichts, die ist nett und lustig, die nimmt uns... Aus dem komme ich nicht mehr aus.